Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6! Und warum tut sich mein Controller gerade nicht? Achso, ich muss den in den Knopf drücken. Ja, beim letzten Mal habe ich es doch vergessen, vor Euphorie, dass ich in diesem Gebiet hier angekommen bin, meine Ausrüstung zu verbessern. Und, tja, ich wollte mal ganz kurz hier zeigen, was der weiße Anzug für Seelestum tut. Wahnsinn! Äh, die Mainstats sind in diesem Spiel im Grunde eigentlich gar nicht so gut. Also Tempo, Stärke, Ausdauer, aber magische Kraft, Angriffskraft. Und, ähm, ist vielleicht ganz interessant. Und zwar, weswegen der weiße Anzug mir so gut gefällt für Seelest ist, dass die magische Kraft pro Punkt einen höheren Schadenszuwachs bedeutet als ein Angriffskraft pro Punkt. Und da Seelest meine einzige Magerin ist, bekommt sie natürlich den weißen Anzug, selbst wenn er etwas schlechter wäre. So, sie hat auch noch, ich habe ihr noch die, ähm, den Adelsdolch gegeben. Einfach, äh, wegen der ollen Schwachmaten hier. Moment, was haben wir hier? Oh, wir gucken aus dem Fenster. Wunderbar, wunderschön, wundertoll. Das große Problem sind diese Slam-Tänzer oder Slam-Tänzerinnen. Ja, ich behaupte immer, ich weiß nicht, ich glaube, in der, äh, englischen Übersetzung waren es Tänzerinnen oder sowas. Jedenfalls sind für mich Tänzerinnen. Es kam im letzten Video die Frage auf. Und diese Tür ist eingerostet. Wir brauchen einen Entroster, mindestens einen genauso guten. Hatten wir die schon? Ich glaube nicht. Es ist einer der Gründe, weswegen ich gehofft habe, dass vielleicht der gute, liebenswerte Sabin mal auf Level 15 aufsteigt. Aber leider war mir das ja verwehrt. Ihr wisst doch, ihr wisst doch, und wenn es gut geht, werde ich das in diesem Video sogar zeigen können, warum für diejenigen, die das Spiel nicht so gut kennen. Ähm, deswegen habe ich jetzt, äh, Seles mit einer Klingelwaffe ausgerüstet, ist einfach nur für diese Slam-Tänzerinnen oder wie die Viecherinnen heißen, dass ich mit ihr die, ähm, die Magie absorbieren kann. Dann habe ich nämlich wenigstens drei von vier Charakteren können etwas gegen sie unternehmen, weil ein Einzelzauber auf einen Einzelnen oder ein Zauber auf einen Einzelnen bedeutet Tod. Oh mein Gott, es ist, äh, es hat sich gedingst, äh, unsichtbar gemacht. Wie heißt das noch? Gefadet? Zähle es Level ab? Oh, immer noch nicht, Sabin. So ein Mist, okay. Hier haben wir soweit alles erledigt, in diesem Gebäude, und deswegen mache ich mich jetzt hier wieder auf die, oder weg, halt. Ich versuche es, diesen Kampf nochmal zu zeigen. Mit ihr kann ich Ruling machen und mit, äh, Sabin und mit Bora, Edgar kann ich sie umholzen. Ähm, dann, das ist meine Taktik gegen sie. Mehr kann ich gerade nicht machen. Lock ist relativ überflüssig. Ich hätte vielleicht Gau mitnehmen können, statt Lock. Dann, äh, hätte ich wenigstens so eine Art 50-50-Chance, die Dame umzuholzen, bevor sie mich umholzt. Aber was will man machen? Oh, was liegt das? Ist das Müll oder ist das, keine Ahnung, Strauß Rosen, der mit dem Strauß nach unten liegt? Oder ist das eine Frau, der sich gerade über den Rock guckt? Ich weiß es nicht. Gefährlich hier, und komm bloß nicht auf die Idee, von dem Balkon zu springen. Äh, werde ich bestimmt nicht tun. Okay, hier haben wir eine Uhr. Uhrzeiger stehen still, bitte Stunde einstellen. Man kann die richtige Uhrzeit dadurch ergründen, indem man die Leute hier befragt. Viele sagen etwas zu der Uhrzeit, aber näh. Also sie lügen, und man muss sich dann aus den Lügen die Wahrheit ableiten. Aber ich kann's einfach jetzt, die Minuten, das sind 10 Minuten, und zum Schluss die 50 Sekunden. Also Mitte, oben, unten. Von der linken Seite. Und dann kommt man hier durch. Hier durch, sag ich. Und... Game! Das ist doch Johnny Verarsche. Das ausgerechnet immer Lock als erster dran ist, der die Kettensäge mitnimmt. Ähm, nein. Ähm, der als alles hat nichts machen kann. Und, ja, sie hat Edgar dahin gerafft, die Olle. Oh, ich sollte die Aufnahme doch nicht beenden. Hier haben wir einen neuen Gegner, den Räuber. Und von ihm rauben wir, weil er kann von uns auch rauben. Aber das wollen wir natürlich... Uh, ne Schutzbrille. Nicht schlecht. Äh, verhindern. So, jetzt kann ich vielleicht mal... Du Sau! Die Kettensäge an ihm ausprobieren, die der Grund ist, weswegen man eigentlich den Bohrer nicht bohren. Also kaufen braucht. Die Kettensäge ist in fast allen Belangen besser. Warum ist die Kettensäge besser? Sie... Kettensäge besser. Sie macht mehr Schaden. Sie macht ihn zu Jason. Ähm... Oh, und sie hat... Kann auch einen Instant-Death-Effekt haben. Äh, ich weiß nicht genau, wie es ausgelost wird. Aber bei Bossen macht er meistens den Kettensäge-Massaker-Tanz, den ich gerade demonstrieren konnte. Ähm, bei den Standard-Gegnern macht er auch ab und zu mal... Oder ab und zu mal... Macht er auch manchmal diesen Nicht-Tanz, wo er einfach nur vor ihm steht, dann rumsägt. Und, äh... Wo bin ich jetzt gerade? Äh, da, da, da. Wahnsinn, ich habe gerade so einen Gigas kaputt gemacht. Moment, ich glaube, ich bin hier gerade irgendwie falsch. Oder? Wie kann das sein? Ach so. Ah! Ah! Mein Gott, man kann hier lang! So. Jetzt habe ich eure Zeit vergeudet. Das tut mir echt leid. Also, die Slamdancer sind hier in diesem Gebiet im Grunde das Einzige, wo ich mir die Hosen voll mache mit... Äh... Bei dem Rest sind wir eigentlich ganz gut gerüstet. Unsere Abwehrwerte sind hoch, wir sind in der hinteren Reihe alle. Und unsere Ausweichwerte sind auch ziemlich gut. Lock hat gerade ein Level abgekriegt, aber das Einzige, der es nicht tut, ist... Ah, Sabbe. Hallo Uhr. Zeiger auf die Zweichstellen. Die Uhr hat keinen Minutenzeiger. Sie zeigt sowieso nie die richtige Zeit an. Zeiger auf die Zweich... Ach, egal. Erst wenn ich mir noch Gedanken machen müsste. Wahnsinn. Lock, äh, Quatsch, Celis hat einen direkten Treffer überwunden. Vom Feuerzauber. So, jetzt darf ich sie sich erstmal selber heilen. Und es ist tatsächlich jedes Mal der olle Lock, der bei solcher Slamdancer-Gruppen drankommt. So eine Sauerei. So, jetzt haben wir hier soweit alles erledigt. Jetzt möchte ich wieder zurück nach unten. Jawohl! Sabbe hat einen Level ab und bekommt einen neuen Blitz. Oder er denkt sich einen aus, so wie es da steht. Zeigen wir den doch mal kurz. Das ist der Grund, weswegen ich mit ihm hierhin sei... Äh, äh... Ihn eigentlich schon am liebsten hier gehabt hätte. Ein Feuerangriff auf alle Gegner mit einer... Was ist das bei Street Fighter? Hadouken war nur die Hälfte. Also der halbe Weg. Äh, keine Ahnung. Äh, hatak-tak-tak-broken. Oder das, was ich sonst immer da verstehe. Der Gigas, also der riesige Riese, kann sich übrigens mit einem dicken Erdbeben als Finishing-Move hier verabschieden. Hallo! Mädchen! Hab hier keine Mädchen gesehen. Schaut mal im obersten Stock dieses Gebäudes nach. Ja, denkt dran. Sie lügen alle. Sie lügen. Wie gedruckt. Und jetzt erklimmen wir den Turm. Um vielleicht nochmal kurz auf, äh, etwas der nächsten, oder der letzten, einen Kommentar der letzten Folge, ähm, zurückzukommen. Äh, okay, doch, obwohl, doch. Haha, der Kampf war super genial. Ich hab alle Attacken abgewehrt. Das solltet ihr mir mal nachmachen. Und ich habe ein komisches Messer gefunden. Immer im Takt. Ja, Wahnsinn. Dafür stell ich mich hier an. Okay, versuch mir hier mal den Stau zu stauen und mal nachzugucken. Äh, wo ist das Ausrüstung? Vielleicht für Seelens? Keine Ahnung. Dress-Flegel? Nein, sieht nicht danach aus. Vielleicht für dich. Jagdmesser? Naaah! Schlechter als ein Vollmond. Und der Vollmond hat in der hinteren Reihe die gleiche Angst auf die vorne. Ich hoffe, die Schutzbrillen erbringen einen guten Preis, wenn ich sie verkaufe. Ich klaue davon nämlich gerade so unendlich viel. So, hier gehen wir nochmal. Mann, mit dem neuen Blitz ist er burnen. Ein Haus! Ich meine, er ist mächtig gut. Langfinger. Ich glaube, das war ein Relikt, oder? Mal sehen, vielleicht ist es besser als der Schleichring. Äh, mal gucken, wo haben wir es denn? Ding, 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 ding. Oder, ja doch. Ändert stehenden Überfall? Ja, warum nicht? Dann können wir ja gleichzeitig angreifen und stehlen! Das ist doch eine wunderbare Sache. Zumindest hierfür. Ähm, ach, da komme ich nicht lang. Alles klar, dann müssen wir nach unten. So, im letzten Video habe ich, äh, einen Kommentar begonnen an Devil Dye. Du hattest dich gemeldet unter mein, äh, oder hast das unter mein Video geschrieben, aber... Also bezüglich deiner, oder der Aussprache, deines Namens. Ich hab's nicht ganz verstanden, was du jetzt sagen wolltest damit. Ja, zweite Zeiger, meine Armbanduhr zeigt so viel. Ähm, ich vermute mal Devil Dye 3 spreche ich deinen Namen aus. Ansonsten korrigiere mich bitte. Ähm, Moment. Relikt, ja genau. Ich wollte jetzt zum... Nochmal, äh, will ich das oder will ich das nicht? Ja, doch, komm. Ähm, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Der... Dingsring, Schleichring. Okay, okay, jetzt haben wir Überfall. Das kramatische noch eine Waffe, aber es ist völlig egal. Weil ich hier eh quasi nur stehle und dann kann ich jetzt ein bisschen Schaden dabei machen. Und die Erfolgsrate erhöhen. Ich wollte dir eigentlich, und das kann ich jetzt ja auch meinen Zuschauern sagen, dir sagen, herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Ja, Devil Dye 3, wie auch immer ich den Namen aussprechen soll, ist vor kurzem Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Holy cow, das wird ein Geschneipsel. Sekunden sind durch 20 kalber. Nein, sind sie nicht. Was waren die Sekunden? Mal 50, oder? Jetzt springen wir hier wieder rum. Die DKA 87 meinte im letzten Video, er findet dieses Gebiet ja toll. Oder andere meinten, es ist Mutti Sunshine? Die weiß es jetzt nicht. Ich mag es nicht. Ich meine, ich finde es von der Idee toll. Keine Frage, aber... Äh, ne. Einfach zu viele Zufallskämpfe, die ich herausschneiden muss. Halleluja, ich will gar nicht wissen, wie viele Einzelteile ich nachher hier habe. Und lasst mich euch sagen, dieser Schleichring macht bei der Erfolgsquote beim Stehlen tatsächlich einen großen Unterschied. Oh, der war wohl zu lange im Sonnenstudio. Jetzt haben wir hier einen Feuerschlag erhalten. Und das ist auch der Grund, weswegen ich den Kaiser-Dingsbums da aus dem Laden für Sorbon nicht gekauft habe, weil ich hier den Feuerschlag habe, den ich eigentlich auch nicht wirklich benutze, weil seine Skills, also seine Talente, seine Blitze sind einfach so gut. So. Es ist schon geil, den Hades, Gigas oder wie er sich auch immer nennt, mit einem Schlag meiner Mächtigen... Wo komme ich da her? Okay, da ist anscheinend nichts. Äh, umbringen zu können. Guten Tag, ihr seid nett. Kann ich euch helfen? Ich hasse Kämpfe, also gehe ich zur Seite. Ich finde das so geil. Mit dem Lügt wie gedruckt. Dalla Luma, ist das der Bruder vom Dalai Lama? So, Kettensägen-Action, mehr. Überfall-Action, noch mehr. Blitz. Äh. Na super, jetzt... Er macht doch seine Instant-Death-Attacke bei, ähm, Bossen. Okay, ein bisschen blöd. Ist der Bohrer vielleicht doch ein bisschen sinnvoller? Äh, egal. Oh, cool. Ich hab den Juwelen drin direkt mit dem ersten, ähm... Mit dem ersten Versuch erwischt. Klasse. So, das ist die Multi-Attacke. Nicht so gut auf Single-Targets. Wie kann ich... Ach, überverbrauch ich jetzt eigentlich. Ach, egal. Einfach, weil ich's kann. So. Noch mehr Kettensäge, bitte. Ja, danke sehr. So, dafür mach ich jetzt wieder meine... Wie heißt es noch gleich? Mein Hadouken! Oh ja, und ab einer gewissen Stelle, oder wenn er bestimmt viele Lebenspunkte verloren hat, füllt er sich erstmal eine Weile auf. Und bufft sich. Aber das hindert uns nicht am Sieg. Hätte ich... Ja, er hat nichts mehr. Hätte ich von Anfang an mit der Aura-Kanone gearbeitet, wäre er jetzt wahrscheinlich schon Geschichte. Wobei ich gerade keine Ahnung habe, welche... Na, wie viele Lebenspunkte er hat. Aber es sind zu wenig. Er kann auch noch Leute zur Beschwörung... Na, danke. Das nächste Mal bin ich direkt doch... Nämlich... Ah, benutze ich vielleicht doch besser den Bohrer. Keine Ahnung. Ich wollte sagen, er kann auch Leute zur Beschwörung herbeirufen. Ich meine, herbeirufen. Oder herbeibeschwören. Whatever. Na, er ist tot. Oh, und seine Lakaien sterben gleich mit ihm. Sehr schön. Er kann auch noch so einen Kick-Angriff, aber... Näh. 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 Hat nichts drauf. Da sind die Slamdancer schlimmer. Kopfband. Für was ist denn das? Für Kopfschmerzen? Keine Ahnung. So, werden wir es schaffen, Terra, jemals in diesem komischen Etablissement hier zu finden. Oh, Laufschuhe für Auto-Haste. Oder haben wir... Es ist sie schon wieder weg. Erfahren wir es in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy VI und... Hey, verdammt! Ich mach mir hier den ganzen... Ich heiße mir den Arsch auf, um die zu finden. Und die liegt hier am Bett und pennt sich ein, als ob nix wär. Ja, danke.